Ich habe vor einem Monat mit der SOD angefangen, hatte vorher nur ein bisschen Ära gespielt. Ich sehe sehr oft, dass Leute im Chat, SOD Gold für Cutter oder so traden wollen, das ist kein gutes Zeichen. Aber das ist ganz normal. Man kann dir das erklären, wie das Konzept funktioniert. Das ist am Ende das Gold Trading System. In Classic WoW, auch Rita WoW. Ich weiß nicht, ob es in Rita gemacht wird, aktiv. Aber es gibt zum Beispiel den WoW Market. Das ist Market Discord. Kennen viele Leute. Und dann haben die Leute, es gibt so richtige Trader, die traden nur Gold. Die haben 1000 Gold in SOD, das ist nur ein Beispiel. 10.000 Gold in Cutter und dann haben sie 100.000 Gold in Retail. Gold davor. Und die sind nicht nur in SOD am Spam, die spammen auch in Cutter-Klüsse. Und was sie machen, sie sagen, okay, ich gebe dir 1000 Gold und dafür bekomme ich aber, und sagen wir, das sind die Rates. Die Rates, die sie anbieten, sind 1 zu, also 1000 Gold für 10.000 Gold, wenn du tradest. Aber sie sagen dann, okay, ich gebe dir meine 1000 Gold und dafür bekomme ich 15.000 Gold in Cutter-Klüsse. Dann haben sie im Endeffekt 1000 Gold in 15.000 Gold gemacht. Das ist der Kurs, wenn du tradest, für dich. Und das ist der andere Kurs. Und was sie dann machen, dann nehmen sie diese 15.000 Gold in Cutter-Klüsse und traden die 15.000 Gold nach SOD. Und haben dann im Endeffekt aus diesen 1000 Gold in SOD, haben sie gemacht 1500 Gold mit einem Trade, was wirklich keine Zeit kostet. Macht Sinn, oder? Und was sie dann mit denen 500 Gold machen, die sie extra da oben drauf haben, na, das ist halt deren Sache. Vielleicht wird das Gold ja sogar getradet gegen andere Dinge. Gegen Echtgeld-Gold. Na, auf jeden Fall ist dieses Gold hin und her traden, ist im Endeffekt ein Gold-Farm. Ein sehr, sehr effektiver Gold-Farm ist es. Ne, ne, die Quiddiness-Games nicht. Nein, das sind einfach Gold-Farmer, sag ich mal. Was auch viele machen, ist, die farben zum Beispiel in SOD-Gold. In SOD kannst du zum Beispiel durch Boosting. Boosting in SOD. Kannst du pro Stunde gefühlt 1-2k Gold machen, wenn nicht noch mehr. Und diese 1-2k Gold kannst du nach Retail-WOW bringen. Und in Retail-WOW für WoW-Token eintauschen. Na, das heißt, es gibt sehr viele Leute, die in SOD-Gold-Farmen und das Gold über den WoW-Market gestort nach Retail-WOW bringen, um sich in WoW-Token zu holen, zum Beispiel. Aber das ist im Endeffekt einfach ein Gold-Farm, um Gold zu verkaufen, Gold zu machen, etc. Deswegen ist zum Beispiel GDKP in ERA-WOW immer noch so beliebt. ERA-WOW-GDKP. Tut mir leid für die Gruppe gerade. Muss hier ein bisschen rein traden. ERA-WOW-GDKP. Da machst du in einem WoW-Token ist im Endeffekt Game-Time und Battle.net-Guthaben. Damit kannst du dir Game-Time kaufen, Shop-Mounts, Blizzard-Games und so weiter. ERA-WOW-GDKP, da machst du teilweise 10.000 Gold pro Run. Und da hast du dann einen Rage von 1-5 oder 1-10. Und dann kannst du mit einem GDKP-Run 3.000 Gold in ERA-SOD machen, zum Beispiel. Wer garantiert mir, dass beim Traden ich das Gold kriege? Ähm, der WoW-Market-Discord. Entweder kannst du Zwischenleute holen. Ja, die das rüber traden. Oder du machst es erstmal in Steps. Das heißt, 1.000 Gold rüber bedeutet, du machst 5 Steps 200 Gold. Und es gibt auf dem Discord ein System, dass Leute, die positive Trades machen, ohne gescammt zu haben. Die kriegen, sag ich mal, so ein Rating. Na, so ein 5-Sterne-Rating. Und wenn du mit jemandem tradest, der 500 Trades gemacht hat, der hat 500 Trades gemacht, alle positiv, ist die Chance, dass du von dem gestammt wirst, wohl ziemlich gering. Wenn der nämlich dich rein scammt, mit 500 positiven Trades, verliert er sein Gold warm. Richtig? Der würde dich nicht scammen. Aber eine Garantie gibt es nie. Du musst immer vorsichtig sein. Es gibt zum Beispiel super viele Leute auf solchen Discord-Servern, die geben sich aus für Leute, die positive Trades haben. Und wispern Leute an uns. Man muss vorsichtig sein, aber normalerweise, wenn du Leute nimmst, mit positiven Bewertungen, ohne komische Vergangenheit, dann geht es. Oder nimmst einen Zwischenmann. Und du machst Mini-Steps immer dazu. Und ich habe jetzt, ich habe schon persönlich sehr viel Gold getradet. Ich hatte nie ein Problem. Wollte nicht einmal gescammt.